Hallo Bravo Sportleser! So, jetzt sind wir hier im US Airways Center in Phoenix. Hinten unten und sich gerade die Rookies und Sophomores. Zum ersten Spiel des All-Star Weekends bereits das Rookie gegen Sophomores, also die Spieler im ersten und im zweiten Jahr gegeneinander waren. Es ist immer ein großes Show-Event, wenig Defense, viele Dunkings. Wir freuen uns später mehr.